Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sandra, heute mit dem Thema Quark und Obst als Quarkspeise und die Anwendung des Ernährungsmaßfächer. Das heißt, ich habe hier Heidelbeeren, Banane und Apfel gemischt, ungefähr eine Handvoll Obst in die Schale gegeben, dann den Quark geöffnet und man kann täglich, wenn ihr im Fächer schaut, ein bis zwei Hände voll Obst essen. In diesem Falle habe ich jetzt eine Handvoll in der Schale und wenn ihr in der Kategorie Milchprodukte schaut, haben wir hier den Quark, da geht ein ganzer Becher Quark, also 250 Gramm, da wir ja nicht in Gramm gehen, sondern nach Becher ist das ein ganzer Trinkbecher voll und ich habe einen Anteil vom Trinkbecher Quark in die Schale gefüllt und so ist die Quarkspeise mit dem Obst fertig. Probiert es einfach aus. Ich wünsche euch viel Spaß, ganz liebe Grüße, eure Sandra. Bis zum nächsten Mal.